Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, er ist gerade einmal Mitte 30 und hat soeben seinen zweiten Roman veröffentlicht, der auf den Bestsellerlisten von Deutschland, Österreich und der Schweiz ganz weit vorne liegt. Ihr neuestes Werk, Druckabfall, handelt vom Streben und vom Scheitern eines jungen Paares irgendwo zwischen sozialen Medien und der wilden Natur. Kaum ein Autor hat in der letzten Zeit in der Medienlandschaft für derart Fugur gesorgt. Auch kein Autor eckt so an wie er. Er ist das Enfant Terrible der deutschsprachigen Literaturszene. Es ist uns eine große Freude, ihn heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Meine Damen und Herren, Robert Halle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017